Wo ich spinne, das war eklig gerade. Guck mal, da geht die Tür auf. Die Tür opens and... Richtig, und wir nehmen die Laterne mit und gucken mal, was die uns bringt, wenn wir natürlich wieder Platz haben. Den wir natürlich wieder mal nicht haben. Natürlich nicht, aber ich kann nur so ein Ding machen. Tada! Laterne! Vielleicht hat die noch irgendwelche hübschen... Ist das ein... Ein Haken? Das ist ja seltsam, der Haken. Oh, ein Sternchen, guck mal! Alles klar, ähm, dann gehen wir also hier raus, würde ich mal sagen. Was ist das eigentlich für ein Schmonz hier? Bäh, Pixelschmonz. Das ist ein komischer Kram, das sind sehr seltsame Spinnenweben, wenn es welche sein sollen. Schade, Flintenmunition. Äh, kann man nichts machen, glaube ich. Nee. Doch, du kannst, äh... Kann ja erstmal rausgehen hier. Kannst du hier nicht direkt in die Flinte laden? Nee. Das wäre natürlich toll, wenn sowas gehen würde, aber das geht, glaube ich, gar nicht. Okay, schade. Das klingt irgendwie wie so ein Löwen brühen, oder? Wow. Ähm, Moment, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Du musst jetzt wieder ins Haus und musst damit oben an die... An den Haken hängen. In die Vage. Ins Haus, das heißt, ich müsste durch den Tunnel wieder zurück, oder? Würde gehen. Kommst du aber wieder hoch? Weiß es jetzt nicht. Ist das das Haus? Nee. Wo muss ich denn lang hin? Nee, hier, hier oben. Das andere Haus, das, genau. Das hier. Das kleine Haus. Hinten an der Galerie oder so war das doch, oder? Ah, hinten. Ja, wie komme ich da hin? Oh, wieder durch den Garten. Hier. Läufst du jetzt hier unten lang? Oder kommst du da hoch? Guck mal, da war ne... Ich kann doch einfach hier durchgehen. Willst du mal hier. Guck mal, kannst du versuchen, ne? Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Bisschen verwirrt gerade. Ja, da kommst du aus dem Tunnel wieder raus, wo sie durchgelatscht ist. Dann bin ich aber wieder in dem anderen Gebäude, wo ich hin wollte. Ja, genau, richtig. Okay. Hoffentlich kommt es jetzt hier nicht plötzlich angerannt. Dass die Waffen voll und leicht Blut dran hat, das auch interessant war. Ha, stimmt. War nicht aufgefallen vorher. Ja, Flinte eigentlich auch. Das spritzt er auch. Ich mach das hier irgendwie in jeden Fall, gessig ständig, dass der da auch geht. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, die Waffe dann so vor mich zu halten. Vielleicht reduziert es den Schaden, wenn ich mal... Ich werde es gleich mal probieren. So, da oben rennen, richtig? Da oben rennen. Kommst du wieder angesprungen? Und jetzt musst du, ja? Oh ne, kommt schon. Warten. Naja, jemand hat noch ein Klavier gespielt. Einen Ton. Ach, leck mich doch, ey. Nee. Hatten wir schon. Ist da hinter drin wahrscheinlich. Oh, die Mütze hier. Tolle Mütze. Ist ja widerlich. Nicht gut, Junge. Überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut. Die taucht jetzt gleich hier auf. Wir sind wieder vorbereitet und sie wird uns trotzdem kriegen damit. Mhm. Eieiei. Das ist ein cool Flaschenzugs. Wow. Für eine Sekunde habe ich mich doch ein bisschen gewundert. Was höre ich denn da? Ich weiß es nicht. Das ist eine Wand dahinter. Ah, das ist irgendwie der Dachbodenbereich. Bist du Kroki, mein neuer Freund? Ich glaube, der möchte... Das flimmert auch noch die Taschenlampe. Ey, ich kriege die Krise. Nix drin. Was für ein Gebrauch wäre. Das ist ein Tuschkasten. Fertig, Spitzer. Das ist echt nix hier, was ich brauchen könnte. Ich bin jetzt momentan so selten... So selten die Pistole. Einfach nicht so viel Power hat. Oh, jetzt reicht's. Lauf immer ein, zwei Meter und schon ist hier wieder die Kacke am Dampfen und Sachen passieren. Guck mal, der schwarze Adonis hier. Der zeigt seinen Pimmel. Der ist schon verkohlt worden. Wo ich noch eigentlich hier war. Was hat man denn da? Meine Familie, meine Familie. Ganz viele sind das. Also eine große Familie erschaffen. Evelyn. Was mit Evelyn passiert, das wurde ja angesprochen. Also wird Evelyn hier sein. Evelyn wird dieses Geistermädchen sein, was wir öfters gesehen haben. Die wird kein Geist sein, glaube ich. Die ist wahrscheinlich wirklich da. Ja, ja. Aber sie wird so ein bisschen dargestellt, als wäre sie ein Geist. Wow, ist das cool. Das ist quasi ein bisschen verarscht, weil es wirklich keine Geister sind. Was ist das hier? Ein Schiff. Das ist ein kaputtes Schiff, oder? Von dem sie gesprochen haben, was ankam. Okay, aber wozu ist das Schiff da gewesen? Pups. Da waren ja Menschen drauf anscheinend, die gestorben sind. Ja, ja. Pups, siehst du? Nee. Nee, du drehst ihn jetzt auf den Arsch und dann... Das ist ein ganz hoher. Eieiei. Okay, es gibt rechts eine Tür. Da ist nichts, da? Schauen wir jetzt nochmal nach trotzdem. Nee. Ich hoffe, dieser Flammenwerfer macht genug Licht. Wer macht überhaupt irgendwas? Gegen sie, meinst du? Das ist ja diese blöde Puppe. Puh. Hallo, Püppchen. Hi, ihr. Ihr seht auch nicht gut aus. Aber sie hat wenigstens viele davon. Auch wenn die alle hässlich sind. Wieso? Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Ich war sie die Erste, die sie verwandelt hat. Wirklich wäre es. So ein bisschen Lisa Trevor mäßig. Bin ich gedruckt? Ich bin jetzt immer gedruckt. Ich wundere mich. Ich bin aber klein jetzt. Ja, vor Schreck habe ich mich irgendwie gedruckt. Ah, nee. Das wird ätzend. Super ätzend. Zack, meine Uhr. Bin ich schon am Leben. Ah, wetten die Taschen haben, geht gleich aus. Bleib fort. Alles klar. Tschüss. Ich musste aber langen. Es ist ungünstig. Zimmer für Hausarrest. Das kann nicht gut sein. Was ist denn meine Aufgabe gerade? Okay, mach die Materie ein. Bleib fort, flüsterte sie. Guck mal hier. Auch ein hübscher Sitz. Ich habe aber jetzt nicht genug Sachen, um sie zu bekämpfen. Komm, ich bring den Ball mit. Vielleicht ist er dann freundlich. Hallo? Ich habe deinen Ball gefunden. Willst du ihn haben? Ich schubse ihn dir mal rein. Okay. Tschüss. Ist das den Ball? Was, wie es den Ball frisst? Nein, nein, nein. Oh nein. Bei sowas gucke ich mal auf die Karte, um zu sehen, wie der Raum geformt ist. Um mal keine Ecke zu übersehen. Sie ist hier. Sie ist auf jeden Fall hier. Ich weiß noch nicht, ob die Lippen wir weg, ey. Wenn ich mir das so mache. Kuppenhaus. Mein Zettel. Nichts steht drauf. Oh. Oh. Da ist in der Wand was. Da ist das Puppenhaus in der Ecke. Geil. Das ist hier kleines Versteck wahrscheinlich. Guck mal, hier hat ein Thron. Oder sitzt sie da? Ne. Ja. Das ist sie nicht. Doch. Das ist aber so ein Lumpen. Oh. Oh. Oh Gott, ey. Jetzt habe ich einfach wirklich kurz Gänsehaut gekriegt, als ich das Gesicht gesehen habe. Die steht wieder auf, du. Da ist mir kein freudiges Ende vergönnt, sage ich dir. Und ich frage mich, soll ich die Tür unter mir zu machen, um nicht gejagt zu werden? Und das heißt, sie offen lassen, um abhauen zu können. Offen lassen. D-Serie arm. Oh, oh. Oh, oh. Steht sogar drauf, D-Serie. Wahrscheinlich die Webenprobe, die sie brauchen, oder? Oh, mein Gott. Ich schätze, das ist er. Ich bin gerade so dermaßen angespannt, dass es... Oh. Und das andere hat sie, oder den Kopf hat sie. Den Kopf hat Zoe, hat sie gesagt, oder? Das ist schon lange verrottet hier. Oh, jetzt wenn sie sich umdrehen. Aber warum ist sie denn hier gestorben? Einfach so, im Sitzen. Mit ausgestreckter Hand ist sie gestorben. Da steht sie. Ich wusste es. Ist sie das gewesen? Ist sie leiche, oder ist sie das da? Ist sie wirklich ein Geist? Weil ich kann nie so psychische Kräfte machen, noch nach dem Tod, weißt du? Du? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch cool, oder? Hat sie was an die Wand geschrieben? Ja, hat sie. Und zwar mehr als genug. Die ist richtig fleißig gewesen. Hat sie dieses Zeichen an die Wand geschrieben, was wir am Anfang schon gesehen hatten. Weißt du? Oh, Baby aus der Dose. Ah. Das ist sauer. Nein. Geh weg. Scheiße. Tu dir nicht viel. Das ist hässlich. Mulder, Zombies. Das tut mir wirklich nicht viel. Geh weg, Mulder. Boah, ey, was er aushält. Ist er plötzlich unbesiegbar, oder was? Alter. Was ist denn das für ein Drecksvieh jetzt plötzlich? Aber es ist doch genauso ein Mulder wie die davor, oder? Ja, dachte ich auch. Das ist jetzt wieder leise. Das ist jetzt wieder, wenn man nicht wo steht. Wieder links, noch rechts. Ist wieder weg, ey. Das nervt. Ist ja wieder hier vorne, ne? Das ist wieder ganz weg. Das ist echte Schubsen immer an der Tür, finde ich cool. Hinter mir. Hinter mir. Wo raus? Wo raus? Der seilt sich da von der Decke ab. Hauck mich, aha. Ich muss hier einfach raus, ich muss hier einfach raus. Ich weiß nur, wie. Daher liegt jetzt was bei den Puppen. Nee, das war schon. Das war schon. Scheiße. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Geh lang. Nein. Fuck. Ah. Ich bin Mulder. Wir hatten einen großen Arm, wir hatten einen großen Arm. Mein Gott. Einen großen Arm, der Kerl. Er hat wahrscheinlich nicht nur einen großen Arm. Schließ die Tür. Schließ die. Bist du bescheuert oder was? Ob du bescheuert bist, haben wir dich gefragt. Lampe wieder abnehmen. Verbarrikadieren den Shit. Ernsthaft, ey. Das müsste man echt machen. Fuck. Bin ich im Arsch, ey. Irre. Oh Gott, da war er. Ich hab nichts mehr an Munition langsam. Das ist schon lange auch keine Kiste mehr in der Nähe gewesen. Ach stimmt. Die nehme ich dann jetzt mit ihr wieder Kontakt auf. Du solltest in den Wohnwagen gehen, wenn du alles hast. Okay. Das sollten wir ja noch irgendwie schaffen. Da ist sie wieder. Wie ein Abschnitt, die schafft. Oh Gott, aber amme. Ich muss erst mal ein Stück Käse essen auf den Schreck. Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Wird schon klappen. Ne, sie braucht irgendwie... Sie macht damit irgendeinen Schindler, ja? So, would you kindly get me an arm? Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Ist bestimmt voll die Kuh, ey. Ist ja überhaupt schon, wie sie aussieht, ne? Ne. Ist ja nicht einmal gesehen. So, ich gehe wieder hier durch, dann kürzt man ab? Doch, doch, das ist eine Abkürzung. Ne. Achso, das meint es. Ja, na klar. Ist jetzt auch schon rausgehen können. Aber mach ruhig, ist okay. Ist ja nicht. Ist ja nicht. Ist ja nicht. Ne, hast ja recht. Was ist das vollkommen recht. Hier. Wenn sie im Wohnwagen wartet, kann sie kein Gegner sein. Da ist der Speicherpunkt. Ja, klar. Obwohl ich auch schon mal verarscht wurde von dem Spiel in der Richtung. Also, ich kann gerade sagen, es gab auch schon alles Mögliche. Ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, wo ich dann plötzlich am Speicherpunkt noch angegriffen wurde. Bei Dark Souls ist das auf jeden Fall der Fall. Ja, das kann sein, ja. Was passieren kann. Zwischendurch diese grusigen Laufwege hier sind dann schon fast wie Urlaub, weißt du? Wie ein hübscher Spaziergang. Nach all dem Horror. Ach, leck mich doch. Ich hab mich verarscht. Wo zur Hölle bist du? Ach, ist auch egal. Warum? Wir haben nur noch den Kopf und den hast du. Das wird mir und mir helfen. Hey Kumpel, ich dachte du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Scheiße. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein. Das ist familienintern, Ethan. Und nicht deine Sorge. Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen. Und ich geb ihn dir. Ja, wahrscheinlich. Wenn ich meinen Kopf hinhalte. Aber nur, wenn du eine kleine Nölle, Nölle, Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich. Welche Aktivität? Das ist eher cleverer als die beiden, Mann. Aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Wow. Das ist cool hier mit der Perspektive. Hm. Jetzt kommt, dass eine riesige Spinne hochgeklettert hat. Und du darfst aber nicht ablegen, weil du nicht hörst, was er sagt. Und du kommst immer näher auf deinen Mund zugekrochen. Und plötzlich sagt, na sag doch was. Antworte doch. Die Spinne schlägt jetzt schon auf deinen Lippen. Und will quasi in den Mund kriechen. Mit dem Kühlschrank. Scheiße. Mit dem Kühlschrank. Du Schande. Vielleicht mit dem Video. Ah. Ist das der Kopf, den wir brauchen? Das ist der Kopf, ja. Das ist der Kopf von Jack. Der Jack beseitigt. Doch. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Miststück. Meinst du? Der nimmt man nicht mit. Das ist der Kopf von Jack. Oder sowas ähnliches. Einfach ein Kopf. Oder einfach ein Kopf, ja. Wollen wir jetzt eigentlich die Münzen hinlegen? Im Koffer. Alle im Koffer. Alle? Mhm. Okay. Na gut. Dann sollten wir uns jetzt mal wieder eindecken mit Zeugs. Zeugs? Ich habe natürlich. Boah. Ist ja wirklich eklig, ey. Das ist zwischendrin ein bisschen Fui-Diible-mäßig. Dibble! Sechs hast du. Sechs Stück. Nur sechs. Das reicht nicht wirklich. Nee. Brauchst nur drei. Dann spare ich mir das noch. So. Dann wollten wir uns mal wieder ein paar Sachen hier zusammen baddern. Nehmen wir mal das hier mit. Das ist stark Erste-Hilfe-Arznei. Nehmen wir mit. Ich brauche Munitionen. Also nehme ich auch nochmal ein Schießpulver vorübergehend mit. Brennkraftstoff. Ich bleibe schon wieder voll hier. Ähm. Das da. So. Ich bin Gott. Oh Gott. Weißt du es noch? Mhm. Das erinnert mich unter anderem auch an äh... Mr. Shawn. Jetzt gehen wir das nochmal. Ähm. Die, die, die. Dark dreams don't die. Dark dreams don't die. Toll. You should come. Gott ey. So ein verstörender Typ. Ätzend ey. Dann kommt er noch so aus der Wand. Oh. Oh. Ich muss jetzt irgendwas ablegen vorübergehend. Oh. Blint ist leer. Kannst du erstmal ablegen. Ja. Das Ding ist auch leer. Hat das anbelangt. Ja. Außer ich würde eine Chemikalen. Kann ich wieder was herstellen. Sorry. Ich wollte nicht so auf den Ding zumachen. Aber ich möchte noch das Bilder... Dafür bist du ja bekannt. Das machst du bei Astronaut auch gerne. Tut mir leid. Eip. Okay. Ähm. Hier nehme ich mal eins von mit. Mit psychototigen Gackalgennick. Kann man eigentlich die, ähm, Waffen wie damals auch aufrüsten? Nee, wa? Nee, ich könnte mal diese Mengen mehr irgendwann kaufen, wa? Dass du irgendwie eine kaputte vielleicht, äh, synthetisieren kannst. Mit einer normalen Waffe. Keine Ahnung. Andere Frage ist eben. Oh, hier. Flammengranaten. Wo ich zum Granat werfen. Die habe ich noch nicht. Wie viele, ähm, Türen gibt es? Wir sitzen jetzt eigentlich in diesem Gebäude. Mit einem, äh, mit einer Krähe. Mit einer Krähe gibt es nur das unten. Ähm, äh, unter, unteren. Nee, ist Schlange. Nee, gehen wir eins hoch. Hier gab es eine mit einer Krähe. Okay. Da ist er. Es ist, ich fraut schon mal gerade. Okay. Wir gehen da wieder hin. Also nehmen wir den Krähe Schüsse mit. Waffen im Anschlag, Leute. So sieht's. Äh. Ja. Zurück ins Anwesen. Du bist doof. Hm. Kannst du das, äh, äh, Lichtspiel, äh, das Windspiel anhauen da oben? Ich schau noch. Leier, nein. Aber cool gewesen. So, das Psychotikum nutze ich dann jetzt nochmal, um Sachen zu finden. Ist schon komisch, dass man quasi psychisch gestört sein muss, um etwas finden zu können, weil? Hm. Okay, ähm, die ist jetzt links und dann einfach die ganzen Türen hindurch. Hier links. Und dann hier durch. Mhm. Okay. Hier rein, hoffen, dass nicht schon wieder so ein Dreckspiel auftaucht, weil eben wollte sie ja gar nicht sterben. Stimmt. Die Dicht bräuchten wir immer noch hierfür. Mhm. So, und da vorne ist jetzt die Tür. Hab ich schon lange drauf gewartet, jetzt freu ich mich wirklich. Meine Güte, das ist ja kein Schlüssel. Das ist ja eine Sange oder so. Ist ja eine Religion für sich. Was ist denn der Granatwerfer? Yeah, bitch. Nee, ist eine Gatling, oder? Das ist ein Granatwerfer. Hat auch angezeigt eben. Okay. Granatwerfer, sagte er. Granatwerfer. Hast du Gatling gelesen, weil du bist verbindert. Nee, ich sah gerade so aus, weil es mir wie mehrere Läufer aussieht. Achso, Flammengranaten. Flintenmunition, war ja klar. Ei, 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 ich hab hier keine Chemikalien. Das finde ich scheiße. Was ist das hier? Festbrennstoff. Festbrennstoff, alles klar. Und dann lasse ich jetzt die... Kannst du hier die Granaten reinfüllen? Dann hast du vielleicht Platz. Wie reinfüllen? Achso, geht immer nur eine rein, oder? Da geht immer nur eine rein. Deswegen geht die andere jetzt hier doof rum. Ist natürlich doof, aber das schmeiß ich jetzt auch immer weg. Was war denn das? So, das war nur fünf Punkte von dem Brennstoff. Mehr war es überhaupt nicht. So, und jetzt noch mal in den Keller, richtig? Im Keller, was ist da? Sie hat doch gesagt, wie in den Keller gehen soll. Im Zerlegungsraum wartet er sich. Ach, im Zerlegungsraum. Wartet er auf dich. Der Kopf. Irgendwas wartet dort, ja. Ich möchte wissen, was. Okay, na, dann gehen wir hier mal durch. Alles klar. Noch mal speichern, Feuer? Ich hab Angst. Wo sollen wir? Ja, komm, wir müssen den ganzen Weg nicht noch mal machen, falls irgendwas ist. Wie du meinst? Also, so. Reingestürmt. Man sitzt ja da drin. Hallo, Ethan. Na ja. Ja, Leute, wir sind irgendwie sehr konzentriert heute. Heute ist wirklich schlimm. Also, ich bin auch ganz nah bei der Sache, weil ich dem Spiel wirklich auch jede nur erdenkliche Chance geben möchte. Und ich brauche irgendwie eine Konzentration. Das ist ein super stressiges Game. Aber das werdet ihr auch dann selbst noch erleben. Falls ihr es noch spielt, man weiß ja. Wow. Oh nein, ist alles dunkel jetzt. Es war doch vorher auch dunkel. Nee, da war Licht an. Da war Licht an. War nicht Licht an? Ich glaube nicht. Kann mich nicht daran entsinnen, dass hier Licht war. Ich schwören können, dass hier nicht Licht war. Dass hier nicht Licht war. Hier matscht schon wieder her. Ich hätte den Schlüssel ablegen sollen. Kein Platz momentan für irgendwas. Kacke, ey. Nehmen wir uns das richtig, erst richtig. Durch den Boilerraum und dann... Es war heller hier. Es war auf jeden Fall heller hier. Ich meine nicht. Doch, konnte ich nämlich diese Säulen schon von Weitem sehen hier. Das ist wie so ein Vieh. Nee. Oh Gott, Omi. Bist du bescheuert oder so? Spinns doch. Guck mal, du hast auch echt den Schuss nicht gehört, oder? Hätte ich fast abgeknallt. Falls du es mir zugelassen hätte. Die ist bestimmt noch die absolute Badass-Tante. Die schlimmste von allen am Ende, wirklich. Die wird dann wie diese Gefängniswärterin bei Revelation 2. Genau, das hatte ich auch schon. Die war auch so geil. Die war super. Die fand ich klasse. Ich bin doch nicht schon wieder in diesen Kackraum, ey. Ja, ich weiß. Ihr kommt doch schon. Ist doch so. Oh, fucking fuck. Was ist das? Was ist das? Noch eins von den Viechern. Das ist doch ein anderes Vieh, oder? Nee. Sicher? Das ist was anderes. Das ist was anderes. Geh weg. Stammte Scheiße. Ich will das gar nicht einsetzen. Das ist eine falsche Waffe. Das ist dasselbe Vieh vorhin. Nur ein bisschen Aggro. Komm doch. Komm doch. Da brennt dir der Anus, wa? Nee. Okay, ich dachte, Philipp noch. Sonst müssen wir noch ein bisschen Platz. Ich hab mir die falsche Waffe hinnommen, eben. Ich finde, es ist ja nicht da. Das ist nur die Handfeuerwaffe. Nein, ich hab den falschen Dings genommen. Der rumpelt da aus der Wand. Falsche Hotkey. Nee, war schon vorher da. Ist der Cop inzwischen wieder wach? Was meinst du? Vielleicht war das der Cop. Nee, der tut am Telefon? Oder das Vieh eben? Das Vieh eben. Kling mich doch, ey. Nee, hier liegt er doch. Hier ist er. Hallo. Probe deinen realen Mann. Stimm deine Hand auf dieses Pigs throat. So ein Kopf des, äh, des Kops. Der ist so ausgebuchert, weil er wahrscheinlich auch... Und deswegen Schwein, ja. Na gut. Wird er sich bewegen? Was meinst du? Oh ja, der wird. Der wird. Oh! Geht sowas? Der Schlangenschlüssel. Der steht nochmal auf, ich wette. Schöne, kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Okay, also er will mich noch nicht attackieren. Du musst den Herdritt verdienen, Ethan. Er will mich offenbar noch nicht bekämpfen. Ach, scheiße. Hätten beide beschießen sollen. Fuck. Habe ich es noch erwischt? Ja. Aber nicht richtig. Oh, das schaffe ich jetzt nicht, glaube ich. Oh, das sieht aber gut aus, was du da machst. Fuck. Ich glaube es nicht, du, guck mal. Ach, du schon. Voll am Leben, die Dreckspiecher. Können Sie schön aufmachen? Scheinbar ist man nicht. Scheiße. Die fließe habe ich nicht dabei. Das war der erste Bug im Spiel, oder? Scheiße. Das geht auch nicht. Das geht. Der ist hin, der ist zerfallen. Ja, ja, ich hoffe, er hat auch noch ein bisschen was davon abgekriegt. Stimmt. Er gibt noch. Wow. Gruselig. Der zeigt sich nicht mehr. Jawohl. Da ist er. Ist er hin? Nee. Da ist nur noch irgendwas abgeschossen. Oh, komm schon. Ich bin fast leer. Wow. Wow. Hallo. Das ist, glaube ich, ein Teil. Das ist gar nichts von ihm. Geh weg. Was ist der andere? Der Nusser tot. Ist nur einer. Wir sind nur noch. Hier. Bitte, Buck, Götter, seid auf meiner Seite. Im Kampf gegen dieses Rollstron. Geh weg. Weiter so. Scheiße. Jetzt kommt er. Ach, komm schon. Den letzten paar Füßchen, die es da noch hat. Sperrt ein. Du Arschloch, ey. Ich bin leer. Jetzt kommt bestimmt noch mehr. Körst doch schon. Weißt du es? Nee, Körst. Da ist er. Da ist schon zugehakt eben. Wo ist er? Da ist er. Wir müssen unbedingt die Folge wenden, aber es ist gerade sehr spannend. Machst du jetzt. Okay. Es ist spannend und es geht dementsprechend weiter. Mit dem da. Und mit mir. Ja, vielleicht übernehmen wir es auch nicht. Wer weiß. Doch, doch. Nee, nee. Scheiße. Ja, vielleicht übernehmen wir es auch nicht. Schau' einfach von dir. Ich bin eher nicht, dann lasst mich wieder auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.